hallo welt da sind wir wieder und natürlich müssen wir fallout erst mal starten bevor wir weiter loslegen können auf unserer suche nach kate ja einige technische einstellungen ja das ist ja für mich hier alles neu also die tücken der technik ist zwar schön dass man die technik hat aber man muss sich natürlich auch viel damit beschäftigen damit man so ein wenig wenigstens den durchblick hat ach so ice cubey pascal ja wie nenne ich dich jetzt du sagt es ja mal dass der pascal lieber ist den spenden button den gibt es den kenne ich aber den gibt es jetzt nicht bei twitch hatte ich jetzt gar nicht daran gedacht okay jetzt habe ich den titel schon gestartet ja also den link den findet man auf der webseite oh mein gott die alte webseite daran muss ich unbedingt was machen da die da habe ich glaube ich seit 2003 nichts mehr dran gemacht www.richardpier.de da gibt es auf jeden fall einen spenden button uralt die seite aber ich habe vor kurzem mal ausprobiert der spenden button funktioniert noch aber guckt euch die seite nicht so groß an die ist wirklich uralt also seit ich glaube seit 2003 habe ich da nichts mehr dran gemacht und damals sah das mit den webseiten ja noch ein bisschen anders aus alles da gab es ja noch nicht dieses schöne na wie heißt es genau diese aufgesetzten seiten ok pascal dann ja ja danke auf jeden fall für den tipp ok so einen button wie gesagt gibt es dann zum paper es gibt auch noch einen spenden button bei youtube wenn man da in die info guckt aber ja gut spenden ist nett und ich freue mich auf jeden fall darüber aber ich mache ja auch keine werbung groß noch nicht weil der kanal einfach nicht groß genug ist und sieht man schon was moment moment streaming sollte laufen eigentlich jetzt ruckelt auch nicht mehr so aber ich sehe gerade ist ein bild könnt ihr was sehen ja ach ich mache da eigentlich auch kein hehl um das alter also ich bin 75er jahrgang also schon so ein paar jährchen habe ich schon auf dem buckel aber man ist ja immer so alt wie man sich fühlt also 75 alt werde ich dann jetzt weil ich habe ja bald geburtstag ja ab einem gewissen alter da achtet man nicht mehr so drauf es gibt auch leider keine parties mehr bis zu meinem 40 habe ich immer noch parties gemacht 41 dann werde ich 42 jetzt glaube ich schwarz bild moment was kann man da machen noch mal stoppen und wieder reingehen aber das ist gut dass du da bist pascal jetzt haben wir jemanden der sich hier mit twitch auskennt auch nur richie stone ja na gut dann schaue ich mir ob es noch mal an was da wohl schief sein schief laufen kann na was kann das denn sein bildschirmaufnahme läuft ok jetzt sollte es gehen dauert vielleicht ein paar sekunden ah ja ok jetzt sollte es klappen oder das bild müsste gleich kommen das ist jetzt ja ist noch so eine einstellungssache wahrscheinlich ich habe auch gerade mal reingeguckt also er hat aufgenommen und er sofort komprimiert sieht so aus als bräuchte ich dann gar nicht zu rendern aber schneiden muss ich das ja sowieso immer noch schwarz ja ja jetzt geht es ok ok super mal schön wir sind schon mal auf der falschen seite des flusses hier und ja wunderbar es ruckelt gar nicht mehr also die aufnahme war wahrscheinlich zu lang das waren vier stunden und ich dachte schon ja jetzt ist die festplatte bestimmt auch fast voll aber ob es scheint das sofort irgendwie zu komprimieren ja was nicht so schön ist es ist leider nur eine auflösung von ich glaube was ist das 1280 x 720 also wird die qualität für youtube dann nicht ganz so gut sein ansonsten hatte ich das ausprobiert mit einer anderen einstellung hat es leider ja nicht geklappt ich glaube super spiele du warst ja noch da am anfang als wir da so ein bisschen rum experimentiert haben aber gut vielleicht reicht das ja von der qualität erstmal aber die aufnahmen die ich offline dann aufnehmen werde die werden natürlich weiterhin in full hd bleiben und ja was machen wir wir suchen kate auf jeden fall das kann aber doch auch nicht richtig sein wo wir jetzt hinlaufen hier das ist doch niemals in richtung combat zone die combat zone die ist doch die ist doch ganz woanders jetzt ist kate aha jetzt ist kate in der red rocket raststätte ja manchmal hilft ein neustart um die leute zu finden ok ja pascal übrigens ich kann ja gar nicht genug danken du hattest ja damals zusammen twitch eingerichtet mit mir und das lief ja richtig gut auf der anderen partition dann ist die partition ja leider abgeschmiert immer noch unangerührt ich muss da unbedingt mal zeit finden dass ich mir das ich hab da schon bestimmt eine woche mal geguckt und versucht die partition wieder hinzukriegen denn das ist ja eigentlich meine arbeitspartition die da abgeschmiert ist und da sind alle vorlagen rückenswert ist nicht so schlimm ich habe ja auch alles in clouds mittlerweile hat man ja alles in clouds und da ist es nicht ganz so schlimm aber es sind schon so einige brushes zum beispiel für photoshop schriftarten und so das ist schon ziemlich farbprofile ziemlich gut eigentlich eingerichtet gewesen aber deswegen muss ich mal gucken dass ich die partition wieder irgendwie hinkriege aber was will man machen wenn der monitor einfach schwarz bleibt und das hatte ich letztens sogar auf dieser partition und genau das gleiche problem war nach einem nv nach einem treiber update da blieb der monitor auf einmal schwarz ich denke auch dass es daran liegt nur wenn ich an den desktop nicht komme dann kann ich ja auch nichts machen ich kann ja schon über die konsole versuchen da noch mal was einzu einzuschreiben das geht noch bis zu einem gewissen punkt aber selbst da gab es keinen wiederherstellungspunkt war nicht zu finden und reparieren ging auch nicht es wäre schade wenn die einstellungen weg sind obwohl das ist jetzt so lange schon her jetzt habe ich eigentlich diese partition schon zu meiner arbeitspartition so halbwegs umgewandelt aber es ist auf jeden fall immer noch sinnvoll zwei partitionen auf dem pc zu haben falls so etwas mal passiert kann man immer noch mal zugreifen auf die not partition oder das war ja eigentlich diese partition war ja eigentlich die partition die ich nur am wochenende eingeschaltet habe wenn ich daneben spielen wollte das war so eine art selbstschutz dann auch ein bisschen denn sonst hätte ich die spiele auf der anderen partition gehabt dann hätte ich mit sicherheit auch wochentags öfter mal gespielt und dann auch abends mit sicherheit etwas länger als nein sicherlich länger als es gut gewesen wäre aber gut ja das ist doch mal ein interessantes thema geschenke natürlich wir haben ja noch weihnachten jetzt weiß ich gar nicht ob ob der chat noch läuft ich sehe das gerade gar nicht ja wir hatten vor jahren mal gesagt bei uns in der familie wir lassen das mit den geschenken das heißt ja in der familie ist übertrieben also es fing so an dass wir vor jahren wusste ich nicht das ist eigentlich mache ich das auch nicht gerne geld verschenken und ich wusste eben nichts hat mein bruder dann 50 mark glaube ich das war noch zu dem marktzeiten also schon sehr lange her 50 mark geschenkt und er hat mir ja 50 mark geschenkt und da haben wir gesagt naja ok das können wir uns eigentlich auch sparen beim nächsten mal hier selbst hier ruckelt das jetzt nicht das läuft ja richtig gut jetzt dann war das so ich weiß gar nicht mehr was aber im letzten jahr hatte ich irgendwas cooles da habe ich meinem bruder auf jeden fall irgendwas schönes geschenkt und habe sie noch überhaupt nicht übel genommen dass er nichts hatte denn es ist ja eigentlich so abgesprochen gewesen dass wir uns nicht schenken ja und in diesem jahr hat er mir eine schöne flasche eine schöne flasche so pokes whisky irish whisky geschenkt wusste ich gar nicht dass es das gibt von der musikgruppe so pokes gibt es auch einen whisky ja und ich traue mich überhaupt nicht die flasche aufzumachen ich würde so gerne mal probieren aber ich glaube die wird lange da stehen ich habe im keller auch noch eine ganz alte jack daniels flasche von 96 so jetzt müssten wir aber kate hier finden selber beschenken superspilly ist auch immer ganz gut da weiß man wenigstens was man kriegt und die sachen wenn man sich anziehsachen schenkt dann passen die dann wenigstens auch wo ist kate ach wir haben noch unseren ja wir haben noch unseren marken hier in letzter zeit wächst ja alles ziemlich gut kate 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 bereit wieder aufzubrechen bereit bereit gut dann mal los ja es geht ja auch nicht so groß um geschenke weihnachten es geht ja im allgemeinen darum sich vielleicht so ein bisschen mal zu besinnen und ja überhaupt ich finde das immer sehr gemütlich irgendwie dauert es bei mir immer lange bis ich in dieser weihnachtsstimmung bin ich habe es diesmal wieder nicht geschafft fällt mir oh entschuldigung fällt mir gerade ein moment wie werden wir deinen marken jetzt los ja was meinst du was würde ich nicht für einen ordentlichen drink geben was meinst du dieses ganze rumgelaufen macht mich müde ich wollte nur mal fragen wie es deiner meinung nach zwischen uns läuft wir könnten mehr kronkorken machen aber ich hoffe das wird sich bald ändern das war's kein problem ja pascal zeus dummkopf 619 was hast du denn für namen nehmen wollen das hier so etwas wieso 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 das geht ja gar nicht ja okay dann laufen wir ein bisschen mit dir rum ich hoffe dein quadrat über deinem kopf verschwindet dann wieder irgendwann oder müssen wir dich jetzt erstmal wegschicken und dann wieder irgendwie muss man doch hier die die quest dann weg bekommen ach ja da ist der du ja okay das das viereck ist weg ja ist jubi ist doch gut ice cubi mit sternchen da wurde ein begriff wohl irgendwie nicht von twitch hier durch gelassen ja was machen wir jetzt mit kate wir müssen mit dir rumlaufen hey rede doch mit uns was willst du sonst nichts weiter von mir aus ja dann nehmen wir kate jetzt mal mit und super mutanten mag sie nicht okay dann gehen wir zu den super mutanten ach so natürlich ja verstehe ich pascal ich dachte schon noch ein schrägerer name als das was du vorher geschrieben hast was dir von microsoft vorgeschlagen wurde meine ich ja und unser ziel ist es kate irgendwie ihren skill abzuluchsen sie kommt aber schon nach oder wir sind viel zu schnell wir sind so super schnell ja das heißt wir werden mit kate eine weile eine weile rumlaufen und zu sehen dass wir da ein paar vielleicht aufgaben können wir ja nicht mehr so viele erledigen aber vielleicht so ein paar orte abklappern an denen viel los ist sie scheint kämpfe zu mögen und da wollen wir dann jetzt kämpfen ein wenig mit kate ja genau pascal über die siedlungsvideos freue ich mich allerdings komme ich kaum damit nach ich müsste jetzt eigentlich auch also es wäre schlau gewesen von mir wenn ich diese nacht jetzt so ein paar mass effekt habe ich glaube ich noch aber ich hätte glaube ich so ein paar folgen dead island zum beispiel produzieren sollen und ja fallout sieht man ja machen wir jetzt gerade das ist dann ein wisch ok also demnächst wird es dann die twitch folgen hier auf dem kanal geben da das jetzt in der geschichte ja auch weiter läuft wir haben da jetzt keinen neuen charakter oder so angelegt wir haben genau an der stelle weiter gemacht jetzt wo wir letztens aufgehört haben und von daher wird sie folgen dann erstmal auch auf youtube geben die nächsten tage ja nur mit dead island da mache ich mir gedanken da habe ich nämlich nichts mehr da muss ich mal gucken wie ich das morgen mache und worauf ich hinaus wollte ja ich würde so gerne ich habe einige videos schon zugeschickt bekommen von siedlungen und da muss ich mal gucken die müssen noch bearbeitet werden geschnitten werden und da wollte ich dann auch so ein bisschen was kommentieren dazu ja alles eigentlich kein problem aber es kostet alles zeit also der tag bräuchte bei mir 72 stunden das wäre gut oder wenn man nur alle drei tage schlafen müsste das wäre auch gut aber das halte ich nicht lange durch das kann man mal machen so eine nacht durch machen aber das oder drei nächte ist schon eher selten dass man das schafft vor allem es ist ja auch gut wenn man dann ein wenig konzentriert ist und je weniger schlaf man hat desto schlechter konzentriert ist man und das ist bei aufnahmen dann ja auch nicht gut wenn man da nur im kreis läuft die ganze zeit ich überlege gerade pascal ich weiß jetzt nicht ich bin jetzt nicht ganz sicher was du meint ist mit der idee also nochmal twitch soll jetzt nicht regelmäßig kommen das möchte ich nicht erst mal vielleicht später mal aber mir fällt jetzt gerade nicht ein welche idee du meinst das ist auch schon eine ganze weile her dass wir twitch mal eingerichtet haben also ich sag mal den nächsten stream live stream wollte ich mal versuchen dann silvester vielleicht vielleicht ich kündige das dann aber wieder so an so ähnlich wie jetzt auf dem kanal auf youtube dann ja und youtube soll eigentlich so mehr das medium sein auf dem mehr passiert dann eigentlich ja genau super spiele ja das ist ja super interessant auch mass effekt ja da muss ich mich an der stelle unbedingt auch nochmal da wir jetzt gerade darüber reden bei starkeler bedanken der mir das den titel was heißt halbwegs vorgeschlagen hat ja eigentlich nicht er hat nur gesagt dass er das ganz gut also du hattest nur ich spreche dich lieber mit du an starkeler du hattest ja gesagt dass du das ich hatte dich gefragt und da sagtest du ja dass du mass effect ganz gut findest und ich glaube da war noch dragon age oder so etwas dabei wahrscheinlich auch für mich sehr interessant und der mass effekt hat mich auf jeden fall dann gefangen wie man sieht ja das auf jeden fall pascal also wenn wir jetzt hier rumlaufen ein kopf ist schon weg wir haben keine munition mehr er wird uns gleich fressen nein nein ich will nicht wieder bei der red rocket raststätte anfangen ich glaube da waren wir nicht mal schlafen mein gott wenn wir was anständiges zum verkaufen finden dann hier also ist auch gar nicht so einfach für mich jetzt auch nicht lass es mich wissen wenn du munition findest hier umher zu laufen und gleichzeitig dann die kommentare zu zu lesen ok hier kann man doch mit sicherheit irgendwo schlafen gehen ich bin mir jetzt aber nicht ganz so sicher oh nein hier ist nicht zum schlafen ok dann müssen wir so durch aber ich glaube ich wüsste da noch wo wo man schlafen kann da wüsste ich glaube ich noch einen ort ups hier war noch was ok was ist los wird sie jetzt immer solche so ein hat sie immer so einen eine gossen sprach drauf ich hoffe doch nicht ja passt pascal also gta 5 auf jeden fall ich habe das bei einem freund gesehen das sieht spitze aus ich habe die die gta teile sowieso immer schon gemacht ok das aber auch schnell hier unten gewesen und ich war echt begeistert davon er hat das auf playstation gespielt und damit mir eigentlich die die möglichkeit genommen das selber mal zu genießen so ein paar stunden wenn ich ihn besucht habe denn ich komme mit den kontrollern einfach nicht klar ich habe keinen controller und wenn ich einen hätte dann könnte man das natürlich üben also wenn ich hier jetzt die ganze zeit vor bäume rennen und so dann liegt das daran dass ich zeitgleich versuche die kommentare zu lesen das ist aber gar nicht so einfach dann ja genau mass effekt und ich freue mich schon ja erstmal auf die anderen teile natürlich aber ich freue mich dann auch schon auf den neuen teil der glaube ich im märz rauskommt märz 2017 wir haben gar keine munition für unsere gute waffe hier und das im nebel ritter der bruderschaft ich dachte ich hätte eine raider gehört und die bruderschaft mag uns noch oder die haben nichts mitbekommen was naja vielleicht solltest du aus der power rüstung mal raus sollen wir dir helfen nicht schon wieder oder das lassen wir lieber ja also mass effect hat mich gefangen auf jeden fall ja vor allem das mit dem marco fand ich witzig ich glaube die folge kam jetzt letztens irgendwie hier sind wir falsch mit kate wollte ich hier zu johns schrottplatz da müssten doch immer super mutanten sein ach so ja andromeda das ist ja der neue tier ja genau skeptisch warum soll das mehr so ein ego shooter dann werden oder ist das naja das ist kann natürlich sein dass es immer mehr so ego shooter elemente dann rein bekommt ja also spenden immer gerne pascal wobei das ist auch so ein zweischneidiges schwert denn alles was man hier so verdient das muss man natürlich bei der steuer angeben und wenn das jetzt so weiß ich nicht 10 euro oder was im monat oder im jahr sind da muss man das trotzdem angeben hat aber den ganzen schreibkram naja dann gibt man eben 10 euro da in seiner steuererklärung ein die man sowieso machen muss ja aber das lohnt sich ja nicht so richtig und ja ich meine spenden ist okay aber ich meine jetzt monetarisierung zum beispiel warum ist denn hier kein super mutant kate super mutanten im nebel keine da heute ja monetarisierung meine ich ja das ist ja nicht schön wenn man sich dann werbung immer angucken muss und gerade bei so einem kleinen kanal lohnt sich das eigentlich nicht also ich sag mal ab 1000 klicks pro tag pro video nicht pro tag pro video 1000 klicks dann könnte es sich lohnen dann könnte man schon so ein bisschen was damit anfangen mit dem was man am ende rauskriegt aber das sollte man eigentlich auch gar nicht machen finde ich also es soll spaß machen und sobald geld im spiel ist hört meist der spaß irgendwo auf dann wird es lästige arbeit und von daher sehe ich versuche ich immer abzusehen von monetarisierung also werbung zu schalten könnte ich ja und es gibt da so einige sachen da schalte ich werbung aus anderen gründen aber ansonsten versuche ich das zu vermeiden ich habe gerade super mutanten gesehen im nebel ach so ja das ist schade so was gelegt wenn andromeda jetzt nichts mehr genau kate wolltest du reden gerade und ich habe dich unterbrochen ja also wenn andromeda mass effect andromeda jetzt zu wenig mit den vorgängern zu tun hat ich habe schon gehört es soll ein neues sonnensystem dann man soll in einem ganz anderen sonnensystem sein und was mir gefallen hat war jetzt an mass effect auch als ich gehört habe dass man seinen charakter übernehmen kann in die nächsten teile und dass sich die entscheidungen dass die auswirkungen haben auf die kommenden teile das fand ich sehr interessant so entweder wir gehen rein dann werden wir aber gleich abgemurkst oder wir versuchen das von hier oben da haben wir eine bessere chance ich sehe schon wir gehen rein oder wir sind schon längst drin was das irgendjemand oder irgendetwas spielt mit uns was die können im nebel auch nicht so gut sehen was gefährlich 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 halt 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 nicht zu schnell wo seid ihr viel zu nebelig bei euch nebelmutanten wo seid ihr denn ach da sieht man noch gar nichts hier hmmm kronkotten ein kopf hey kate du gibst ja richtig du legst ja richtig los hier was der hockt doch da oben in seinem in seinem wohnwagen wie haben wir denn eigentlich naja es sind super mutanten so werden sie darauf gekommen hey moment moment das macht man doch nicht von hinten ja der sitzt am längeren hebel grad ja gut ja gut wie das aussieht also eigentlich du dich nur verstecken kleiner ist das ne richtig schwere gegend hier dafür findet man aber ganz schön stimpaks hier oh das ist kate das ist gar kein das ist ja gar kein super mutant hey kate wir sind schon unterwegs keine sorge das machen die super mutanten mit absicht die verletzen jemanden und lassen ihn da liegen und warten bis einer kommt warte kate nicht weglaufen ich wissen jetzt dich zerfetzt wow da ist ja noch einer oh bruder tut mir leid so ein bisschen wenigstens wow okay kate hier hast du frisch aufgesammelt gerade okay na warum stecken wir sie weg wir sollten sie nachladen das wäre viel auch hier haben wir keine munition mehr bald hier oh ja leckerli leckerli wo bist du zeig uns sofort was du da hast für uns ja der ist bestimmt hier oben irgendwo da draußen riechen können kleine schleich rater rater mensch wow ein kriegsherr die wachbatter fallen lassen voll schreckt jetzt keine dummheiten machen hier mit uns uns geht es gerade nicht so gut oh nein kate super mutanten kriegsherr ja der lacht ja nur über unsere pistole hier außerdem haben wir dafür auch nicht mehr so viel money jawohl versuchen wir das hier mal jawohl versuchen wir das hier mal da ist noch einer da ist noch einer oh nein kate dir geht es nicht gut ich merke das schon so ein stimpeg nichts weiter da ist immer noch einer der muss wo kann er denn sein noch kate oh hier kann man schlafen aber jetzt moment da ist noch einer mit einer atombombe unterwegs kate sieht der sieht uns nicht na 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 ok ok hier aber wo ist er denn das wird ein kunstschutz das war aber auch nicht der letzte wie es aussieht das war das war riskant finde ich ganz schön übermutig hier mit den super muttern warte ich kann den ganzen tag warten bis du dich zeigst tja irgendwie sollte man glaube ich hier nach draußen kommen darum auch nicht ach man kann weiter nach oben gehen aha ok kate hat aber spaß hier ja aber trotzdem müsste man noch hier jetzt irgendwie was das war's ok jetzt können wir auch schlagen gehen nein das war's noch nicht ok das tut mir leid wo bist du denn das ist kein spiel sein mensch das muss ein mensch das muss ein mensch sein was das scheiße gucken wir erstmal nach kate ha 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 du schlagen wie red kakerlake ach da das wär ein guter kampf wo ist er hin wo ist er hin ok kate hier viel besser danke aber gerne doch ja dann jetzt aber ok dann gehen wir mal schlafen es wird sowieso dunkel aber ein richtiges bett habe ich ja auch nicht gesehen naja dann gehen wir eben zweimal schlafen oder dreimal sogar hast du kurz zeit ich möchte dir was sagen oh cool ok kate ist schon gesprächsbereit wo ist sie wo ist sie ok wo bist du sag uns was wo bist du kate sag uns erstmal wo du bist da bist du ich würde gerne mit dir sprechen hast du kurz zeit aber natürlich doch stimmt etwas nicht stimmt was nicht ich weiß nicht sag du es mir als tommy mich zu dir geschickt hat dachte ich ich würde dich hassen nicht nur weil du meinen vertrag übernommen hast sondern weil ich dachte dass du mich herumkommandieren würdest als wäre ich ein dienstmädchen bisher hast du mich aber wie eine freundin behandelt man du warst richtig nett zu mir ich möchte nicht undankbar sein aber deine freundlichkeit macht mich nachdenklich wenn ich eins im combat zone gelernt habe dann das niemand tut etwas ohne eine gegenleistung zu erwarten ja was erwarte ich wohl können wir fragen sarkastisch könnten wir sein vergleich mich nicht mit ihnen oder eine raue gegend was erwarte ich wohl fragen wir was glaubst du denn was ich dafür erwarte wer weiß deine wäsche waschen ne kugel für dich abfangen deine ausrüstung schleppen wo liegt da der unterschied ich glaube dass du mich nicht verstehst lass mich erklären was ich meine dann verstehst du vielleicht wo ich herkomme ich habe drei jahre im combat zone gelebt es hat nach kotze und pisse gestunken aber es war mein zuhause ich konnte dort ein paar kronkorken verdienen hatte mein eigenes bett und drei warme mahlzeiten am tag dann kamen die raider und haben dort alles an sich gerissen du kennst sie ja nicht gerade sanfte typen als sie da waren musste man ständig aufpassen nicht plötzlich zusammengeschlagen und ausgeraubt zu werden oder noch schlimmer ich hatte schnell verstanden dass ich meine hart verdienten kronkorken einsetzen musste freunde zu kaufen machte das leben leichter deshalb warte ich wohl darauf dass du mir jetzt können wir antworten warum hast du solche angst noch nicht sicher mach dich nicht lächerlich du schuldest mir nichts warum hast du solche angst warum hast du so große angst vor gefallen ich will lieber nicht darüber reden ich sag dir mal was gib mir etwas zeit dann überlege ich mir eine gegenleistung ich bin kein reiches mädchen aber wir werden uns bestimmt einig wozu sind freunde sonst da oh war's das aufgepasst beziehung was hast du auf dem herzen was denkst du wie es so zwischen uns läuft ich weiß nicht ob ich dir wirklich etwas bedeute oder ob du mich nur dazu benutzt die kugeln für dich abzufangen das wird wohl nur die zeit zeigen das ist erstmal alles kein problem ja als kugelfänger warst du schon sehr gut dreimal bist du hier runter gegangen zu boden meine ich fünf stunden können wir hier schlafen ja und ich muss mal gucken im chat wie ich da jetzt nachkomme überhaupt institut ja vorschläge über vorschläge ich habe gerade mit einem auge so hingeguckt ich frage mich wie ich das gemacht habe ein auge hat sich nach links gedreht und das andere hat sich nach rechts gedreht das muss urkomisch ausgesehen haben ja also ich glaube schon dass man das bei der steuer anmelden muss alles was man verdient auch das von g2 a oder was sagtest du ich glaube schon dass man das anmelden muss ansonsten eine gute idee ja was ich da habe ja spenden müsste man eigentlich auch angeben nur bisher gibt es keine spenden und von daher ist das nicht so das große problem ja eigentlich wenn man so einen sobald man monetarisiert muss man auch wenn man nur was weiß ich ein Pfennig oder was verdient müsste man eigentlich eine selbstständigkeit anmelden ich bin ja Multimedia Dienstleister ich bin ja selbstständig also läuft das das läuft ja Multimedia Dienstleister das ist ein ziemlich großer ein ziemlich großer Begriff also alles rund um den Computer sagt es da am ehesten und ja Cut um auf die andere Sache zu kommen Institut oder Minuteman ja super Spillie ich glaube du hast da schon du hast das schon ungefähr du liegst da schon ziemlich richtig ich glaube nicht dass die Bruderschaft mich da noch irgendwie umstimmen kann und ja es geht mir ja jetzt weniger um die was man jetzt positives davon hat ich glaube sogar dass es so ähnlich sein wird wie in den Vorgängerteilen wie kommt man denn hier rein jetzt wie in den Vorgängerteilen dass man egal welche Fraktion man nimmt es wird sowieso nix ich weiß noch in Fallout New Vegas zum Beispiel ach hier kommt man rein in New Vegas zum Beispiel Nanu verschlossen und wir haben den Schlüssel wir kamen hier aber ach so ja dann müssen wir das wieder öffnen ich weiß schon da müssen wir das einschalten hier das Stromdingen hier flattert es rüber nach da nach da nach da und da hinten ist so ein Stromteil und ja das Institut ist bestimmt schon interessant wenn man da rein geht wenn man sich für die entscheidet meine ich allerdings glaube ich dass es so ähnlich sein wird wie in New Vegas ich hatte mich da die die Anhänger der Apokalypse glaube ich für die hatte ich mich total entschieden ohne Frage habe ich ihnen nachher die ganze Macht gegeben und und ja dann war es so dass das Gleisgewehr dann war es so dass wir also egal was man gemacht hat man konnte es eigentlich nur falsch machen die Anhänger der Apokalypse waren leider dann damit Aufgabe überfordert die haben es dann also es gab eigentlich so wie ich mich erinnere gab es kein Happy End und ich vermute mal dass es hier so ähnlich sein wird dass also egal wofür man sich entscheidet nun die Minutemen die haben auf jeden Fall das Herz am rechten Platz will ich mal sagen allerdings glaube ich auch dass was man ja öfter schon gehört hat was meint manche Leute so sagen dass die Minutemen eben ja so zusammengetrommelte Farmer oder so etwas sind die sind ja jetzt nicht wie die Bruderschaft so gut ausgerüstet und beim Institut ja gut da habe ich ja ganz am Anfang schon irgendwie mir Gedanken drüber gemacht das Institut lass nicht zurück was hilfreich sein könnte eigentlich ja okay unser Sohn ist da Mutterliebe ist natürlich schon was besonderes allerdings hat sie das ist ja eigentlich kann man sagen es ist ja nicht ihr Sohn sie hat ihn ja nicht auf er ist ja erwachsen er wurde ja nicht von ihr erzogen auf sie hat ihn nicht aufwachsen sehen gesehen also das ist schon schwer zu sagen also ich meine aber das ist nur meine Meinung dass das ja zum Wohl aller vielleicht wirklich mit dem Minutemen noch klappen könnte was ist das was was haben die hier Menschen verfüttert die waren schon vorher tot so Kate auf geht's zum nächsten Abenteuer wie kommen wir hier raus Kate wir finden den Ausgang nicht mehr dann nehmen wir einfach die Tür erstmal hier haha ja super Spilly muss ich dir recht geben ich fand auch die die Bruderschaft also mit wie hieß sie Victoria die Begleiterin die man da hatte mit der bin ich unheimlich gerne unterwegs gewesen aber die Bruderschaft fand ich in New Vegas ja fand ich auch sehr machthungrig und da ging es eigentlich gar nicht mehr darum irgendwem zu helfen es ging nur noch um Technologie und deswegen habe ich jetzt auch so ein bisschen also nicht das beste Bild von der Bruderschaft obwohl ich die so richtig noch gar nicht kennengelernt habe ja gut ich hoffe dass ich es mir sowieso hoffe ich dass ich es mir mit dem Minutemen nicht schon verscherzt habe durch die Railroad aber eigentlich dürfte das keinen Konflikt geben oder ach ja Veronika genau ja das waren schöne Zeiten durch die Mojave da zu sträuchen und ja das war doch doch das hat er auf jeden Fall was ja wie sieht es eigentlich jetzt aus hier mit unserem Plan wie geht es weiter Richtung Quincy wie man sieht denn da ist auch immer richtig was los ja gut das mit dem Wasser ist schon eine langwierige Sache da braucht man schon etwas länger die Rüstungen sind glaube ich etwas wertvoller oder aber findet man die denn so oft dann die Bruderschaftsrüstungen wir waren schon so lange nicht schlafen oder doch wir waren vor kurzem erschlafen alles gut schluss mit den Spielchen komm raus damit ich dich sehen kann da haben wir ja nicht so viel Munition hier für diese Waffe ja also die Railroad wir waren an der Railroad und haben da dann einiges gemacht ja hier könnte man richtig schlafen naja und es kam dann irgendwann mal ja eben dieser Warnhinweis ob man da wirklich weitermachen möchte aber da stand glaube ich nichts von den Minutemen dass man das dann nicht mehr machen könnte die Brücke wir da müssten noch welche seien nichts du hast hier das nur eingebildet klappert nicht wer ist da wer ist da hier ist doch niemand ja okay wir sollten schon gucken wo wir hinlaufen er verbaut denn solche treppen hier ohne geländer haben wir wieder jemanden in power rüstung hier ok ich habe verstanden da kann man nicht durch ja wer trifft uns denn da ach da ich glaube vorsichtshalber nehmen wir doch mal sonst den kopf in den fuß das war schon ganz schön anstrengend hiermit schlägt am anfang aber das ist ja jetzt nicht gerade noch einfacher hier ja komm schon und so ich weiß wo kann der so weit schmeißen ach die haben einen ach immer noch wo ist der aggressor tron wenn ich nur wüsste wo dieser aggressor tron rumrennt auf der brücke über uns naja wenn wir den feind mal sehen würden wo ist die rakete was die rakete Ja, das ist schon... Ey! Aha! Erwischt! Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Oh mein Gott! Von allen Seiten hier! Das ist Cricket da unten, oder? Sieht so aus. Hier, Kate, nimm das! Autsch! Ja, das hat aber einen guten Rückschlag hier immer noch. Aber irgendwas trifft uns doch noch von ihren Gurk. Wie fühlt sich das an, von einem Mädchen in den Arm gepflegt zu werden? Zielen wäre mal angebracht. Also schön, wir sind etwas durch das Radium-Kilodon-Gewehr etwas verwöhnt hier. Ja, aber worauf? Ach da! Oh nein! Oh nein! Oh ja! Ja, Kate, den bist du! Ich hab gleich nichts mehr. Oder wir werfen die Waffe auf ihn, vielleicht trifft das. Oh, er hat sich selber erschossen. Oh nein! Ausgerechnet jetzt... Der Aggressor-Tron hat uns gefunden. Wir haben keine Munition mehr. Vier Schuss nur noch. Das schaffen wir nicht. Ja, wenn wir es schon nicht schaffen, dann schaffen wir es richtig nicht, oder? Wir müssen warten, bis er sich entladet, und? Oh mein Gott. Greife den Menschen an. Bedrohung verloren. Aktiviere erweiterten Erkenntnissen. Ich mag... Ich mag... Ich mag diese Aggressor-Tron besonders nicht, wenn sie sich tarnen können. Da mag ich sie noch viel weniger. Da ist er! Er lädt sich schon auf. Ich würde lieber... Ich gehe lieber in Deckung. Okay. Oh nein. Kate ist runtergefallen. Wah. Ah, spring doch da rüber. Wah. Und weg, falls er explodiert. Wow. Ja, also... Glück kann man das schon nicht mehr nennen. Das war schon... Ne, da gibt es gar kein Wort für. Kate, bist du... Bist du soweit? Moment, wir kommen gleich runter. Oh, wir kommen sofort runter. Bitteschön. Und? Hast du was zu sagen? War es langweilig, Kate? Ja, diese Aggressor-Trons... Ups, gerade die Tarnvorrichtung, die ist ganz übel. Ach. Ja, die sind so schon übel, wenn sie sich nicht tarnen würden. Aber... Wenn sie sich tarnen, dann... ...wird es noch gefährlicher. Ja, da haben sie auch wirklich einen Gegner... ...geschaffen, der jetzt wirklich in sich... Such dir hier ruhig eine Waffe aus, Kate. Wenn du möchtest. Ja, das waren die Ruinen von Quincy hier nochmal. Richtig was los. Ja, was machen wir denn jetzt? Ich wollte schlafen, genau. Schlafen ist wichtig jetzt, nach dem ganzen Theater hier. Und trinken. Na, haben wir denn nichts mehr mit Wasser drin? Schmutziges Wasser. Hm. Schauen wir mal, ob wir uns ein bisschen was zusammenköcheln können. Ja, super, Spilly. Ja, super, Spilly. Vor allem hier diese Ruinen von Quincy, die waren ja... Oh, das ist gut. Können wir uns mal richtig ausschleißen. Sind wir überhaupt so müde? Nein, ein Stündchen reicht. Ja, die Ruinen von Quincy hier, die waren besonders schwierig am Anfang, als man es hier noch mit Clint zu tun hatte, dem, wenn ich mich recht erinnere, dem abtrünnigen Minuteman. Der hatte ja richtig... Also da muss ich sagen, das war ein heftiger Kampf hier. Das hat auch wirklich gedauert. Aber das war jetzt auch nicht schlecht, muss ich sagen. Wir könnten uns hier draußen genauso gut ein Fadenkreuz auf die Stirn malen. Oh, schon gut. Aufgefasst. Brauchst du was? Was gibt's? Was meinst du? Raider haben diese Stadt bestimmt geplündert. Aber wir sollten trotzdem nachsehen. Okay, vergiss es. Und ja, gute Nacht auch, Pascal. Das ist erstmal alles. Sicher. Und schöne Weihnachten noch. Schönen Restweihnachtsfeiertag morgen. Oder heute ist ja schon der zweite. Nein! Komm her! Okay, wer zuerst! Die halten auch richtig was aus hier. Wie fühlt sich das an, von einem Mädchen in den Aspen zu werden? Na ja, wir haben noch zwei Patronen hier noch. Ah, da sieht die Sache schon besser aus hiermit. Ja, leider kann man da nicht immer so ein Auge drauf halten. Und selbst mit Moderatoren ist das so eine Sache, die... Da kann man das ja auch nicht immer alles überprüfen, was geschrieben wird. Ja, und ich sag mal, irgendwo müsste das ja auch gehen. Ohne... Na ja, es geht eben nicht. Sieht man ja. Beim Kochen werden wir angeschossen. Ich will sie gut gehen. Ohne, du hast aber Blut verloren. Mama mia. Ja, Automot, Pascal Automot ist hier der Moderator, den ich soweit eingerichtet habe. Aber natürlich jetzt beim ersten Mal funktioniert der noch nicht so gut. Ich habe noch einen anderen, der ein bisschen besser konfiguriert ist, aber alles kann der auch nicht blocken. Von daher... Ja, hier von Twitch so eine Einrichtung, Automot. Ja, genau. Die Nachricht, dann war irgendwas in der Nachricht, was diesem Autobot da nicht gepasst hat. Ich habe den von Twitch einfach so mal übernommen. Und die Einstellungen auch so von Twitch mal drin gelassen. Das werden wahrscheinlich nicht die besten Einstellungen sein, aber... Erstmal besser als nichts, dachte ich. Ja, mal sehen also, ob wir noch eine Stunde machen oder ob wir jetzt Feierabend machen. Hm, was meint ihr, wollt ihr noch? Eine Runde? Ein Stündchen? Ja, das kann sein. Da sind einige Wörter, sind da schon drin in der Blacklist. Und dann springt dieser Automoderator an eben. Okay, ich bin jetzt im Chat nicht so ganz mitgekommen gerade. Pascal? Nein, hier wollten wir mal reinholen. Da weiß ich jetzt nicht ganz. Oh! Das Wort mit S und Eise am Ende. Das kann man schreiben, eigentlich. Wirklich? Ja, okay, ich glaube, das habe ich auch nicht so. Das habe ich nicht rausgenommen. Steht noch nicht in der Blacklist. Moment, hier drin suchen wir doch nur eins. Aufbereitetes Wasser. 42 ist zu wenig. Das lassen wir euch mal da drin. Es gibt nicht mehr viele... Ja, wir sind aber eigentlich in Ordnung. Kate, Kate könntest du mal untersuchen. Sie hat gerade so viel Blut verloren. Naja, wir gehen hier jetzt noch mal schlafen. Das Wetter ist sowieso nicht da und sowas. Ja, man lernt ja auch immer dazu. Also ich sage mal, wenn wir dann gleich hier abbrechen sollten oder später, dann kommen natürlich Sachen aus dem Chat, die werden dann auch mal hinzugefügt. Also wird der Moderator beim nächsten Mal diese Sachen dann auch nicht durchgehen lassen. Also so ähnlich mache ich das auch bei anderen Sachen. Also beim ersten Mal kommt eben noch sehr viel durch. Bei Playstation, ja, damit kenne ich mich ja gar nicht aus. Bei Playstation kann man das Wort mit S noch schreiben. Ach, das Wetter ist besser. Ja, dann wenn wir hier in der Ecke schon mal sind, dann können wir ja mal... Was? Rüber nach Spectacle Island. Und ich habe immer so einen Hunger. Früher waren wir alle krank und hungrig. Ich hatte schon Angst, dass wir alle sterben müssen. Ich hatte schon mal den Dachlaufen. Wand xin. Wand xin. Untertitelung des ZDF, 2020 Oh, 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 ja, da wollten wir hier doch nochmal gucken nach dem Schwupp, Wasservorkommen hier. Ja, 139, das ist immer noch nicht so viel, aber es sollte erstmal reichen. Vielleicht an der Burg, vielleicht finden wir da nochmal ein paar Munitionsteile. Oder sollen wir hier mal einkaufen gehen? Wir sind in letzter Zeit, gehen wir nur noch einkaufen und sorgen gar nicht mehr so groß dafür, dass wir irgendwas, dass wir da was verkaufen. Also, dass wir Kronkorken wieder reinbekommen. Harte Arbeit wie jeden Tag. Immer das Gleiche. Ach so. Also das Wort mit S wird bei Playstation dann ausgeblendet. Ja, ach, das muss ja auch, manche Sachen müssen ja auch nicht sein, finde ich. Das ist auch, ja, Zensur ist es ja nicht in dem Sinne, das ist ja nicht vom Staat jetzt irgendwie gemacht oder was. Das ist eigentlich, ja, ich sag mal, es ist auch so ein bisschen Pflicht. Das war früher schon, wenn man ein Forum betreibt, dann hat man ja auch irgendwo die Pflicht, ja, zu gucken, dass gewisse Sachen einfach nicht gehen. Also, dass sich die Leute auch wohlfühlen. Ach so, das Wort noch wird ausgeblendet. Hm, das ist ja merkwürdig. Ja, ich denke, das sollte nicht sein. Ja, aber ansonsten sollte man ja schon, man hat ja schon so ein bisschen auch die Verpflichtung, weil es ja öffentlich ist, dass man da so ein bisschen ein Auge drauf hält. Und deswegen auch auf YouTube, es gibt keinen Kommentar, es gibt keinen Kommentar, den ich nicht lese, wenn der Benutzer eben nicht gesperrt ist, dann sehe ich die selber nicht, die Kommentare. Und das ist ja auch wichtig, das gehört ja auch mit dazu, es reicht ja nicht nur die Videos zu machen, sondern gerade sowas ist ja wichtig. Man will ja, dass sich die Leute wohlfühlen und ich sag mal auf so einem Kanal, wenn wir jetzt so etwas machen, ja gut, wir haben es ausgeschaltet jetzt. Dann kommt man noch auf den Kanal, weil man entweder, möchte man was wissen, auf jeden Fall möchte man da nicht irgendeinen Blödsinn lesen und, ja, denke ich mal. Bing Crosby? Der Schauspieler? Oder werfe ich da jetzt gerade was durcheinander? Alles. Ja, Pascal, ich bin mir jetzt auch nicht so ganz sicher, wie du meinst. Wollt du mehr, Kämpfer? Wollt du mehr, Kämpfer? Wollt du mehr, Kämpfer? Wollt du mehr, Kämpfer? Es ist 8 Uhr. Ach, wir haben immer noch Durst. Alles ruhig hier. Bleib bei uns, um keine Meldungen für die Minute zu verpassen. Nehm weiter, Mensch. Strong sein langweilig. Fang gleich an Sachen kaputt hauen. Weltbanklöse als Strong wissen. Ich weiß gar nicht, wenn ich das letzte Mal saubere Fingernägel hatte. Ein einfaches Leben ist das nicht. Also, ich kann da jetzt gar nicht so viel dazu sagen, da ich ja meistens ohne Radio hier rumlaufe. Oh nein, nicht alles nehmen. Oh. Das ging ja nochmal gut jetzt. Das wäre es, eine halbe Stunde aufräumen. Ja, Pascal, Cola. Wenn man nicht oft Koffein trinkt, dann kann Cola richtig was. Das stimmt. Ja, dann, also wenn ihr noch da seid und ich habe auch Dr. Pepper getrunken, also ich werde wahrscheinlich dann auch noch was machen. Sonst würde ich wahrscheinlich hier nochmal mir Twitch ein wenig angucken und ein bisschen was schneiden. Aber solange ihr Lust und Zeit habt, können wir ja noch ein bisschen weitermachen. Nur einmal die Stunde. Ich muss dann immer so ein bisschen auf die Uhr gucken, dass wir einmal die Stunde so eine Art Pause machen. Damit die Folgen dann für YouTube nicht zu lang werden nachher. Muss ich unbedingt mal trainieren, äh, probieren meine ich. Monster, habe ich schon so oft gehört davon und gesehen auch. Muss ich mir mal kaufen demnächst. Ich bin gerade bei Action. Die ganzen Geschmacksrichtungen, die probiere ich gerade durch. Bin schon ziemlich weit. Ich glaube, Apfel fehlt noch oder sowas. Wobei ich mir nicht vorstellen kann, dass mir Apfel schmecken wird. Naja, Versuch macht klug. Aber bei mir ist Dr. Pepper wirklich, hat noch die beste Wirkung von allem fast. Energy Drinks gehen eigentlich. Aber immer sehr kurz nur. Ich habe das Gefühl, dass Dr. Pepper bei mir wirklich mich nächtelang wach halten kann. Ja? Ja klar, machen wir gleich. Ich gehe noch kurz schlafen. Und dann suchen wir uns vielleicht einen ruhigen Ort. Dann modifizieren wir das Gleisgewehr einmal. Gute Idee, Pascal. Das Gleisgewehr finden wir bei Waffen. Gleisgewehr, so. Das haben wir auch noch gar nicht ausprobiert, das Gleisgewehr zu modifizieren. Nicht, dass ich wüsste. Aber das machen wir, wie gesagt, vielleicht nicht in dieser Siedlung. Oder? Ist es vielleicht da, wo wir modifizieren können, etwas ruhiger? Na, ich glaube nicht. Wir können ja das Radio ausschalten. Lassen wir das mal lieber hier. Wir gehen mal zu einer anderen Siedlung. Fist sein schlechter Anführer. Strong sein, froh, dass er weg. Jamaica Plain. Können wir da wohl was bauen? Ja, oder nochmal zurück. Ja, Spectacle Island ist, glaube ich, eine sehr ruhige Siedlung. Und auch gut zu erreichen von hier aus. Ja, das Gleisgewehr, habe ich irgendwo mal gehört, mit dem Gleisgewehr kann man auch Menschen-Teile irgendwo an die Mauer nageln. Aber probiert haben wir es nie. Ich hoffe, wir haben genug Schrott dafür. Letztens hatten wir ja einen Aluminiummangel, als wir die Powerrüstungsstation uns genauer angeguckt haben. Ja, Superspili, das mit dem Schlaf kenne ich auch. Das ist schon ein Problem. Was heißt Problem? Ja, ach meine Güte, es gibt Nachtmenschen und es gibt Tagmenschen. Und zur Zeit, jetzt um Weihnachten rum, bin ich erstaunlicherweise nachts meistens am Schlafen. Aber sonst bin ich eigentlich mehr so ein Nachtmensch. Oh, Spectacle Island warst du noch nicht, Superspili. Ja, das ist auf jeden Fall sehr interessant, auch wenn man am Anfang hier ist. Aber ich möchte da nicht zu viel verraten davon. Ja, wenn du Hilfe brauchst, kann ich mir dich mal ansehen. Also ich möchte nicht zu viel verraten von dem, was hier los ist. Vielleicht magst du das ja nicht, jetzt gespoilert zu werden. Obwohl, ja, jetzt sind wir einmal hier. Aber ich muss ja nicht die ganze Story drumherum erzählen, preisgeben. Was ist da eigentlich jetzt? Was haben wir denn schon wieder für ein Ziel vor Augen? Hilft bei der Verteidigung von Abba Neffifam? Ja, ein bisschen weit weg gerade. Das wäre schwierig jetzt. Ja, ins Institut müsste ich da nochmal. Um Aluminium zu kaufen, Pascal. Wenn du sagst, dass es das da gibt. Na, wie sieht das mit Ladungen aus im Institut? Gibt es da auch Aluminium-Ladungen? Oh, das ist aber auch laut hier. Ach komm, wir bauen uns hier so eine Waffenstation auf. Ach so, ja, richtig. Super, Spilly. Ja, schwere Waffen. Aber das wirst du dir schon denken, glaube ich, dass hier ganz schön was los ist am Anfang. Das ist auf jeden Fall ein guter Tipp, hier gut bewaffnet aufzutauchen. Na, wenn wir die hier hinbauen, dann werden wir die nie wieder finden. Aber hier ist es gerade so schön ruhig in der Ecke. Wir können die ja nachher abbauen, einlagern. Und dann ist das gut. Das Gleisgewehr. Jetzt bin ich mal gespannt, was das Gleisgewehr so alles kann. Obwohl, das machen wir lieber in der nächsten Folge. Ich sehe gerade auf die Uhr, wir sind schon wieder eine Stunde und 20 Minuten dran. Dann machen wir vielleicht jetzt mal eine kleine Pause, wenn das okay ist. Ja, im Institut sind wir da schon viel durchgelaufen. Also, wir machen jetzt mal eine Pause hier an der Stelle. Das heißt, ich darf mich hier bedanken jetzt für euer Zusehen, für eure Kommentare und für eure Likes. Daumen hoch für euch. Macht's gut. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Und bis gleich. Tschüss. Tschüss. Vielen Dank.